Wir sehen es jetzt mal getragen an unseren Models. Schönen guten Tag, Diana und Christiane. Oh, schick, 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 schick. Ja, da sehen wir es einmal in Koralle. Die sieht sehr attraktiv aus, wie ich finde. Und wir sehen auch, der Korallton ist so gewählt, dass ich keine Südländerin zu sein brauche, oder frisch gebräunt aus dem Urlaub zu kommen müssen, sondern es reicht einfach, dieser Korallton passt sich super an. Wie ich sie bin, auch mit etwas mehr Oberweite. Und wir haben ja immer Sorge, dass unsere Brust nicht reinpasst, dass das nicht richtig stützt, dass das nicht richtig sitzt. Und da sehen wir, wir werden vom Gegenteil überzeugt. Alles sitzt, alles passt. Und Christiane, man sieht es am Strahlen, fühlt sich wohl in der Wäsche. Und da blitzt es schon raus. Das sieht wirklich toll aus. Ganz kurz, bevor wir zeigen, wie Christiane vorher mit ihrem herkömmlichen BH aussah, welche Größen bestelle ich denn? Wenn die Damen jetzt in die Leitung kommen, wissen die wahrscheinlich gar nicht, welche Größe bestelle ich. Egal, ob sie eine vollbusige Dame sind oder nicht ganz so stark bestückt. Ja, sie bestellen einfach ihre Konfektionsgröße. Genauso ist es, wenn sie losgehen und sagen, ach, ich kaufe mir jetzt ein schickes Oberteil. Dann kaufen sie das in 36, 38 oder 40, 40, 40, 40. Was eine M wäre, genau. Genau, dementsprechend. Sie wählen zwischen M, L, XL und XXL. Das heißt, auch die Damen, die etwas kräftiger gebaut sind, die werden hier wunderbar unterstützt. Also eine tolle Stütze verfügt an unseren Traum-BHs für 29,99. Entscheiden Sie sich bitte für die klassische Variante Weiß-Schwarz oder die Variante, die unsere Mädels tragen, in Koralle und in Grau. Und die Panty gleich mitbestellen. Die Panty haben wir auch um 3 Uhr entscheiden. Und später im Laufe der Sendung gibt es auch noch die Leggings, die Sie schon bei Diana sehen. Also die zeigen wir. 29,99 ist auf jeden Fall der Preis für diese beiden Spitzen-BHs. In doppeldeutiger Sache, kann man ja sagen. Nicht nur spitzenmäßiges Aussehen, spitzenmäßiger Preis. Ich geselle mich jetzt mal zu euch. Genau, du hast ja das Koralle an. Ja, und Christiane hat dann den grauen Farben. Ja, das Set nach Hause. Und da will ich Ihnen ganz klar noch mal sagen, Sie dürfen wählen zwischen den Farben Koralle. Da sehen Sie es getragen an Christiane Grau. Koralle Grau, das ist ein Set. Und das andere zeigen, warte mal, was passt denn am besten? Ich hätte nicht, genau. Genau, das passt so farblich ganz gut. Da können wir noch mal ganz genau zeigen, wie das aussieht. Nochmal, genau. Jeder Busen passt da rein, ne? In dieses Modell haben Sie eine rosa Spitze. Ja, das stimmt. Oder überhaupt bei Spitzen, die pieksen ja auch meist, kratzen ein bisschen. Ja, und dann steht man da. Hat man ja oft, weil es eben schickeres Material ist. Kann Ihnen nicht passieren. Und wir haben Zweier-Sets. Einmal in jeder Tagesform da mit bewegen. Es ist wirklich für jede Frau, es ist wahnsinnig alltagstauglich. Und das ist natürlich auch Wäsche, die man abends zum Essen gehen anziehen kann. Wo? Unter einer weißen Bluse beispielsweise. Also sowas ist doch richtig schick. 29, 99. Und Ihr Favorit ist tatsächlich jetzt Koralle Grau. Das finde ich super. Weil meistens, wir haben schwarz-weiß, das ist die Basics, die sollte man auch haben. Definitiv, ja. Die braucht man immer. Und dann kann man dem Ganzen nochmal ein bisschen, ja, das Krönchen aufsetzen und einfach Akzente setzen. Denn auch schöne Farbe bei der Unterwäsche macht gute Laune, ne? Und unsere Sportbekleidung ist die meisten... Das ist ein Tragekomfort, den wir uns immer gewünscht haben. Wer möchte keine Unterwäsche haben, die wirklich in jeder Alltagssituation... Das ist unsere Premiere heute für 29, 99. Figurbody, unser Traum-BH im Zweierset mit attraktiver Spitze. Natürlich hat er die optimale Passform und wie Sie es gewohnt sind von Figurbody, die extra breiten Träger, die natürlich den Tragekomfort nicht nur unterstützen, sondern die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass wir uns letzte Woche auch gesagt, an die Muttis einen kleinen Hinweis geben oder an die Omas. Wenn Sie Ihren heranwachsenden Töchtern Unterwäsche kaufen wollen, dann kaufen Sie bitte Figurbody. Ich habe es gehasst früher, als es losging, als der Busen gewachsen ist. Dann hier hinten der Häkchenverschluss. Überall hat es gezwickt, gezwackt. Man fühlt sich ja sowieso schon unwohl, wenn es in die Pubertät geht. Aber sorgen Sie doch dafür, dass Ihr Kind vielleicht bequeme Wäsche trägt. Und dazu gleich die Pantys bestellen, unsere Traum-Pantys im Dreierset, wie Sie es gewohnt sind, zum knaller Preis von 19, 99. Da haben wir ganz viele Farben, auch ein klassisches Set mit Schwarz-Weiß-Beige. Und dann haben wir noch, absolut klar, wie viele haben Rückenschmerzen aufgrund eben. Du nimmst dann wirklich eine Fehlhaltung ein, um das auszugleichen, dieses unangenehme Gefühl. Und hier dürfen Sie sich immer cool wohlfühlen beim Sport, beim Geistigehen, beim Lümmeln auf dem Sofa. Da ist alles entspannt, da verrunscht nichts. Und selbst wenn Sie nett essen abends, jetzt geht es wieder los, die ganzen Weihnachtseinladungen und, 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 trudeln ein. Da wollen wir natürlich wirklich was auch anhaben, in dem wir uns wohlfühlen. Und wo wir tatsächlich, ja, einfach auch sagen können, das ist was, was wir Tag und Nacht tragen können. Also damit können Sie auch wunderbar zu Bett gehen. Ne, kennen Sie das? Ich kenne das bei meinen Nichten, entschuldigt, wenn ich das anspreche. Die grau, auch gerade hervorale Farbe, ist ebenfalls hier unten das Schildchen reingedruckt. Also da müssen Sie auch keine Sorge haben, dass irgendwas Body aufbügelt bei diesen BHs. Warum? Weil wir hier eine Stützfunktion drunter haben. Genau, das ist gar nicht vonnöten, dass wir noch Bügel einarbeiten. Warteschleife, wir bemühen uns wirklich redlich. Sie wissen ja, der Anruf bei Channel 21 ist kostenlos. Insofern müssen Sie sich da schon mal keine Sorgen machen. Sie haben so ungefähr 40 Sekunden, eine Minute Warteschleife, bis wir uns um Sie kümmern können. XL 2, XL sind begreift. 90 gibt es die Traumpanty im Dreier-Set dazu. Und da ist ein Set natürlich auch das Klassische, wie wir hier bei den BHs schwarz-weiß haben. Haben wir dort schwarz-weiß und beige. Die Panty ist mein absoluter Liebling. Ich bin ja sowieso so ein Panty-Fan. Seitdem es die gibt, habe ich die, glaube ich. Und kommt auch nichts anderes mehr ins Haus. Und jetzt gibt es natürlich Prinzipien-Treu. Und machen es sportlich, machen es bequem, machen es alltagstauglich. Also diese BHs können Sie Tag und Nacht tragen. Wann, wo und wann, immer Sie es wollen. Und bei den Größen müssen Sie auch keine Sorge haben. Sie bestellen einfach Ihre Konfektionsgröße 36, 38 ist ein M, 40, 42 L. XL wäre 44, 46 und 48, 50 XXL für unsere besser bestückten Damen. Genau, so ist es richtig. Da muss man sich keine Sorgen machen. Übrigens, Koralle Grau, also dieses Set hier, das ist die Artikelnummer. Und wenn Sie dann schon in der Leitung sind und bei unseren Kollegen am Telefon, bestellen Sie doch bitte gleich die Panty mit. Die Panty ist ein Traum. Und jede dritte Frau ist so clever und bestellt sie mit. Also wenn Sie noch nicht zu der jeden dritten gehören, dann tun Sie es, weil diese Panty werden Sie lieben. Das ist für mich die Hose, also das Höschen schlechthin, was ich wirklich auch Tag und Nacht trage. Also so bequem, so toll. Also das ist Ihre Chance, hier heute zuzuschlagen mit wahnsinnig tollen Sets, die hier nicht passieren. Ein Top-Sitz, das Ganze sehr bequem und die gleiche Qualität wie unsere Traum-BHs und natürlich auch unsere wunderschönen Pantys und genauso pflegeleicht. Guck mal, das sieht doch super aus, oder? Und hier getragen, sehen wir es einmal in weiß und in schwarz, so wie das Set auch ist für Sie zu Hause. 29,99 Euro, das Tolle ist, gerade jetzt geht es ja wieder los, Herbst, Winter, da trägt man gerne doch mal einen Rock, da trägt man Stiefel. Ja, was meinst du, was ich anhabe zu meinen Stiefelchen? Ja, ich hoffe doch, unsere Leggings. Natürlich, ne? Und da haben Sie die Möglichkeit, eben auch die Spitze rausblitzt, Jersey-Kleid, so wie du das gemacht hast, ist eine wahnsinnig tolle Kombination. Und da kann man sich wirklich dafür entscheiden, gerade bei 29,99 Euro, ein Zweier-Set zu nehmen mit der tollen Qualität. Und auch hier haben Sie keine Sorge, keine Nähte, keine Schildchen, also nichts, was Sie irgendwie nervt und stört, was zwickt, was zwackt. Und gerade oben um den Bauchbereich finde ich das besonders wichtig, dass der Abschluss ein bisschen breiter ist. Also das haben wir wirklich toll gewählt, weil gerade da ist es so, da fühlt man sich oft auch eine Panty drunter tragen, wenn Sie möchten. Ich möchte Ihnen aber eines nicht vorenthalten und zwar hat diese Leggings auch eine tolle... ...sätzlich, aber auch bei der Leggings haben wir nicht drauf verzichtet, im Gegenteil. Also auch da nochmal, tatsächlich, wir schauen es uns bei der Diana gleich mal an, trägt auch einen Slip drunter, was auch völlig in Ordnung ist unter einer Leggings. Das kann man ja machen, wie man will. Und trotzdem schauen Sie sich mal bitte diesen knackigen Puppes an. Ja, das ist mal hier ein 1a-Propo, ein Apfel, so wie wir ihn alle haben wollen. Und hier haben wir eben diese Strickzone, die unterhalb des Poes hier an der Seite, an der Hüfte entlang führt und sich hier eben dann eben auch nochmal schließt. Also genau ergonomisch angepasst und das sieht doch super aus. Und wenn Diana jetzt mal losrennen würde, ja, du kennst das, ich renne zur Bahn, oh Gott, alles wackelt hier oben, ja. Nein, so ist es nicht, denn auch die Oberschenkel, die werden nochmal gestützt und gehalten, ja. Denn das Material ist so gefertigt, dass sie ganz angenehmen Tragekomfort haben. Und auch wenn ich zur Bahn rennen muss und ein kurzes Röckchen anhabe, da guckt keiner, weil da denkt, oh, wer kommt da denn angewackelt, sondern da sitzt alles perfekt. Und das Tolle ist eben einfach die wahnsinnig klasse Verarbeitung. Und hier sehen Sie auch nochmal, auch innen toll verarbeitet, die Nähte sensationell. Und da unten sehen wir nochmal die Spitze, auch dort, Sie bekommen beide nach Hause, schwarz und weiß. Also Sie müssen sich nicht entscheiden, zwei weiße, zwei schwarze. Ich finde auch, man braucht Möglichkeiten. Oder die nehmen Sie für zu Hause und die eine dann eben fürs Büro. Wie Sie es machen wollen, ist Ihre Entscheidung. Und hier hinten sehen Sie auch keinen. Scheinen Sie sehr zu mögen, kann ich absolut verstehen. Und gleich den Traum-Spitzen-BH mit dazu bestellen, ne, im Zweierset. Genau, sieht man aus, dass es die gleiche Spitze ist. Sieht ganz toll aus und Sie können es natürlich auch entsprechend kombinieren. Für mich ist das die Apfel-Propo-Leggings. Ja, das darf natürlich nicht kratzen, das darf natürlich nicht zwicken. Und man will sich damit auch nicht unwohl fühlen. Sie kündig gehen hier Bestellung ein. XL ist gleich begrenzt, meine Damen. Ein Zweierset für Sie für nur 29,99 Euro. Die neue Norvade, genau, drei Viertel, sodass Sie da eben die Möglichkeit haben, entweder Ballerinas zu anzusehen.